Willkommen bei Janos Morati, bei den exotischen Pflanzen zu formen und wie es weitergeht und bei die heimischen Sachen zu formen und wie es weitergeht. Schaut sie in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut Kanal-Info, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok und meine Homepage. Schaut bei meiner Homepage vorbei, da ist Videos und Fotos und über Artikel, über Klimaerwärmung, über alles eigentlich, was um die Pflanzen geht, um die Welt und um die Klimaerwanderung. Und schaut bei i vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Und teilt das Video auf Facebook, auf Instagram, Snapchat, Twitter, Whatsapp, überall mit euren Freunden, Familie, überall. Und heute vermehrt man Salat, Kopfsalat. Das zeige ich euch, da haben wir Etikett, muss man draufschreiben. Salat, Kopfsalat. Und es regnet heute. Salat. Jetzt ist das Etikett fertig. So schreibt man das. Jetzt brauchen wir einen Top. Da haben wir einen Top und einen Anzuggärter. So. So. Jetzt machen wir gemeinsam das Backerl wieder auf. Nochmal. So schauen die Samen aus da drinnen. Jetzt streuen wir. Dann mal da rein. Es ist wurscht, wenn die Erde vermischt ist. Da kommt wieder Eherde drauf. jetzt haben wir das erde drüber, nutzen so nutzen jetzt stecken wir das Etikett hinein und in den Regen stellen und dann gießt das automatisch mit dem Regen und dann kann das wachsen so tschüss Leute abonniert meinen Kanal Daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung schreibt es mir gerne in die Kommentare schaut Kanal Info schaut bei Info bei und am Ende des Videos könnt ihr 3 Videos an andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren und schaut bei meinem Homepage vorbei da sind Bilder und Videos und und teilt das Video mit euren Freunden Familie Freundinnen Cousine auf Facebook auf Twitter überall auf Snapchat auf Instagram und auf WhatsApp bis zum nächsten Video Ciao bis zum nächstes Mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.